das ist das rätsel mit höchstens fünf spielzügen lösen interagieren was haben wir denn hier machen der strahl muss von den prismen reflektiert werden um den empfänger zu erreichen mit wsd und led hast du die platten aus ok da haben wir die prismen wsd können wir jetzt auswählen ok also ich kann euch direkt sagen dass ich das nicht mit fünf spielzügen schaffen werde wahrscheinlich ich würde den auf jeden fall mal wegschieben genauso wie den dann kommt der dahin der dahin der dahin der dahin das ja das sind auf jeden fall ein paar mehr als fünf spielzüge aber soll es mir egal sein ich mache jetzt einfach das rätsel komplett ich weiß nicht wie es richtig ist aber passt ich will gar nicht kämpfen und das wird wahrscheinlich noch ein ätzender kampf als letztes mal wo ich auch schon so kläglich versagt habe wir laufen einfach mal runter und hoffen das beste da müssen wir wahrscheinlich gleich raus okay gib ihm kein kampf aber lieben ist es gelungen zeigt es mir nicht ich habe schon zu viel gesehen ich will es nie wieder ansehen müssen ich kehre zurück nach new orleans und stelle alles richtig dann lasse ich nach der schicken meine liebe starke tochter nichts wäre mir lieber als wieder bei dir zu sein doch mein platz ist nun hier die menschen hier brauchen mich in nouvelle orleans werde ich nur alte geister sehen ich verstehe keine sorge dies ist nicht das letzte mal dass wir uns sehen sei vorsichtig mein kind 50 prozent reicht erfolg freigeschaltet sequenz nummero sechs sind wir schon damit wieder durch animus erinnerungs notizen mit dem zweiten teil des der prophezeiungsscheibe in der tasche reist aveline zurück nach new orleans um ihre suche nach was kess fortzusetzen den sie für den company man hält 1773 new orleans trotz des erfolgs in schizern itza warte zu hause ein bittersüßes wiedersehen mal gucken wir dürfen eigentlich direkt rein aber für unsere andere person reiß ich noch mal kurz hier was ab sagt unsere sklaven figur und ich würde sagen wir fangen direkt mal mit der nächsten erinnerung an ein dringender gefallen einem entflorenen helfern sklaven helfen in sicherheit zu gelangen oh wir sind jetzt wieder als dame hier gekleidet haben wir auch schon länger nicht gesehen und wir schreiten langsam die treppe empor um ich weiß noch nicht was zu erfahren werden wir sehen ich denke mal jetzt was papa du bist leichenblass was hat denn der arzt gesagt sorge dich nicht mal scherie es ist nur ein papa meine liebste schau nicht zu finster dank deiner sorge und den tränken deiner stiefmutter schmerzt die geniesung mehr als die krankheit du hast dieses medaillon stets gut behütet ich habe immer bedauert dass aveline verzeih bitte die störung doch ich brauche deine hilfe es ist dringend natürlich ich liebe dich papa da ist ein sklave george ich versprach ihm sicheres geleit nach norden doch während der flucht entdeckten ihn soldaten er versteckt sich aber bitte kannst du mir irgendwie helfen dein geschäft läuft gut und mit deinen kontakten im bayou ja ich bringe ihnen sicherheit mit äußerster diskretion ich habe ein geschäft tja armer vater liegt da jetzt einfach hier rum und mal gucken ob er es schaffen wird hat mit der überhaupt ja doch der lebt noch gut das feuer prasselt auch noch schön warm und wir laufen mal wieder nach oben oder in welche ja doch wir laufen nach oben und ach durchs fenster natürlich natürlich als assassinen ok machen wir wo kommen wir hin auf den balkon ok er töre bestimmte herren ich bin immer noch eine assassinin ich keine dame und was ist jetzt unsere aufgabe wir sollen george finden ok machen wir mal kurz wir springen erstmal hier in den bäumen natürlich rum so sieht uns keiner hier oben passt alles wir laufen einfach hier rum keiner bemerkt uns oder irgendwie steigt zumindest nicht unser Bekanntheitsgrad die kennen uns schon hier als Jumperin aber bevor wir jetzt zu george gehen hätte ich noch gerne das bedürfnis den leuchtturm da vorne äh ich werde beobachtet ich werde beobachtet ich werde immer noch beobachtet jetzt nicht mehr glücklicherweise gerade so und wir können einfach mal hier an den Fensterscheiben hochklettern interessiert ja keinen und wir klettern mal hier den Kirchturm hoch bemerkt ja keiner ist alles cool ach hallöchen mein lieber Radler muss ich noch höher ich glaube ich muss noch höher oder muss ich auf das Kreuz ich muss noch auf das Kreuz da du müsstest dich einmal kurz hier fallen lassen genau alter das war ein bisschen zu weit gut dann müssen wir halt noch mal kurz hoch wieso lässt die sich denn noch so stark fallen egal dann laufen wir jetzt hier einmal außen rum ja 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 ich hatte schon wieder Befürchtungen so geht rauf nein brav und jetzt synchronisieren wir uns mal wieder loo und springen hinab haben schon 8 von 11 Aussichtspunkten und können jetzt einfach mal weiter in Richtung George laufen die Leute sollen mir jetzt mal total schnuppe sein ich laufe hier einfach mal schnell hin so schnell bemerken die mich dann doch nicht was ist das hier für ein Symbol ich weiß es nicht guten Tag ausländisches Geld brauche ich nicht ich bin ehrliche Assassinen oder so in etwa und wir kommen hier ach guck mal was da vorne noch ist ein Falkenturm tut mir leid das muss natürlich mal wieder geschehen ähm vielleicht war es doch keine so gute Idee ich jump mal hier hoch ne würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen ihr trefft mich nicht und ihr kommt nicht hier hoch hoffe ich einfach mal wir sind ein bisschen bekannter geworden aber das ist es mir wert solange wir uns jetzt hier synchronisieren können zack und synchronisieren während die da unten irgendwie auf wen schießen ich weiß nur nicht wer überhaupt kein Problem die sehen uns nicht was was war das denn ich habe keine Ahnung äh 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 george alles cool eventuell sollte ich ihm äh helfen da vorne ist unser Punkt wir bleiben hier kurz noch ein bisschen drin stehen und hauen dann raus und müssen dann wahrscheinlich jetzt hier eingreifen na na was geht ab und cheerio gute nacht und du wirst auch noch sterben müssen so komm mit mir was sie kommen näher ok äh was müssen wir machen kein konflikt george zum tor öffnen führen was auch immer wir laufen einfach mal hier durch ach weißt du was der sollte das auch können ich jumpy hier durch die gassen ich glaub wir sollten keine konflikte auslösen so wie dass sie in den hosen komm schon geh hoch die sehen dich nicht genau richtig so da vorne sind wir gleich schon george ist egal der kommt so hin und schnell dahin komm schon ey hat er doch noch erkannt ok was bist du so keiner sagt dir mir irgendwas von racheengeln oder los such dir Schutz im bayou erstmal rückwärts laufen ach ja so sequenz 7 ein dringender gefalle haben wir gemacht und wir laufen direkt hinterher in den bayou zu animus erinnerungsnotizen so trotz des schlechten gesundheitszustands ihres vaters führt aveline ihre suche nach Vasquez fort so alter sind wir hier bekannt ist nicht ganz so gut glaube ich ähm ich würde sagen wir nehmen den direkten weg hier irgendwie durch das ge fläuche gesträuche und so weiter und ich denke mal da vorne ist schon unser anhaltspunkt von daher ist das auch nicht allzu weit oder könnte vielleicht doch ein bisschen weiter sein klettern wir mal kurz hoch aber hier sind ja zum glück fast alle mit uns wohlgesinnt sonst zahle ich einfach irgendwas und dann passt das da vorne müssen wir hin ich habe da glaube ich schon eine Person auf blinken gesehen genau hallo Ausrüstung der Revolution den Spaniern helfen Spaniern helfen die revolutionären Rebellen zu versorgen Frage mache ich das jetzt noch oder mache ich das nicht mehr ähm mal gucken was er zu sagen hat würde ich sagen mal gucken was er zu sagen hat würde ich sagen Aveline wer ist das? George ein Freund wir haben ein Problem bei dem ihr vielleicht helfen könnt Aveline ein Freund von dir ist ein Freund von uns aber wir haben hier selbst ein kleines Problem unsere spanischen Freunde wollen dass wir diese Vorräte überbringen und zwar an wie sagt ihr? Patriotes am Rand des Sumpfes Patrioten? ja du weißt du weißt aus dem Norden Rebellion Aufruhr etc eine Geschäftsangelegenheit sozusagen doch anscheinend stehlen spanische Soldaten die Vorräte immer wieder zurück das kommt mir schrecklich bekannt vor denkst du etwa aber oh ich denke doch niemals falls George und ich euch bei eurem Problem mit den falschen Spaniern helfen würden die Patrioten ihn in den Norden bringen? wenn sie die Vorräte wollen tun sie es gut gehen wir aber nicht mehr in dieser Folge ich okay so ein paar Sachen haben wir da aber das werden wir wie gesagt erst nächstes mal machen ich bedanke mich fürs zusehen wir können noch mal kurz gucken in welchem äh wie viel Prozent wir jetzt haben jep viel verlassen und wir haben irgendwas bei 70 würde ich jetzt sagen 73% jep haben wir 4% geschafft kann man machen haben wir noch ein Viertel unseres Spieles vor uns von daher ich würde mich sagen genau ich würde sagen ich bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten Mal euer Ghosty und bis zum nächsten Mal